DfB-Pokalfinale live aus dem Berliner Olympiastadion. Die Bayern, der Rekordmeister und Rekordpokalsieger, empfangen die 05er, die zum ersten Mal deutscher Meister geworden sind. Und wir werfen auch gleich einen Blick auf die bisherigen Runden. Wir sehen die Bayern, knapper Erfolg gegen Osnabrück und Dorpen und dann der Sieg gegen Union Berlin im Halbfinale. Die Mainzer, knapper Erfolg gegen Leverkusen und Bremen. Allerdings klarer Sieg gegen Schalke 0-4. Die Mainzer sind trotzdem der Außenseite, auch wenn sie Meister geworden sind. Die Bayern sind einfach immer für ein Tor und für ein Erfolg gut. Das wissen auch die Jungs, die hier auf dem Platz stehen. Und wir machen einen Blick auf die Aufstellung der Bayern. Im Tor natürlich ein neuer. Wir sehen vorne drin Lewandowski, Müller, Sané, Gnabry. Hinten drin Martinez, Varena. Marquinhos und Hernandez. Das schätzt sich jetzt 4-2-3-1 auf. Und dementsprechend die volle Offensivkraft natürlich bei den Bayern. Ausverkaufte Stadion. Sowohl die Mainzer als auch die Bayern hätten viel mehr Karten verkaufen können. Die Mainzer kommen mit folgenden Ausstellungen. Hier Zentner im Tor, davor der Costa, Song Giuston, Jakarté und Augustinsson. Dank Cor, Zonali, Latza, Stöger, Boetius und Quaison. Das sich in einem 4-1-4-1 darstellt. Um ein bisschen gegen die Dominanz der Bayern in der Offensive ankommen zu können, wollen sie hinten defensiv stehen. Hier nochmal kurze Motivationssprüche. Lewandowski ist bereit. Die Mainzer sind bereit. Der Schiri ist bereit. Er zeigt, es kann losgehen. Gleich erfolgt der Anpfiff zum diesjährigen DFB-Pokalfinale. Bayern von links nach rechts in den roten Trikots gegen die weiß-roten 0-5er. In der Liga hat Mainz zuletzt gewonnen. Hier super nachgesetzt direkt von Quaison. 4-2 gegen die Bayern gewonnen. Haben sie mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Und dementsprechend die Frage, wie starten sie heute? Sie kommen direkt. Boetius. Schöner Doppelpass mit Stöger. Boetius nochmal auf Chor. Chor. Legt nochmal auf Stöger. Hat so viel klein, klein. Und jetzt vielleicht mal die Bayern über Müller. Nierkartier rückt da weit raus. Platz für Kimmich. Der wartet. Legt dann raus zu Leroy Sané. Und Nierkartier geht dazwischen. Ein Wurf für die Bayern. Mainzer wollen sich anscheinend nicht verstecken. Die Bayern kommen jetzt aber über Lewandowski. Lewandowski lässt ihn einfach stehen. Dreht sich rum. Lewandowski stark erhalten. Zentenlatte. Nochmal die Chance für Müller. Parier. Zentner geht dazwischen. Und dann nochmal Müller per Fallrückzieher. Dann ist der Ball im Aus. Was für eine Szene. Zu Beginn dieser Partie. Siebte Minute. Die erste Doppelchance für die Bayern. Und wir schauen uns die natürlich noch einmal in der Wiederholung an. Gleich müsste es eingespielt werden. Weil wir haben genug Zeit dafür. Aber was für ein Anfang in diesem Pokalfinale. Regie. Kommt da noch was? Da kommt sie. Hier sehen wir es nochmal. Lewandowski starke Einzelleistung. Gegen Song Juice dreht sich dann nochmal um die eigene Achse rum. Zögert dann gar nicht lange der Abschluss. Zentner kommt noch ran. Lenkt den Ball an. Die Latte dann in der Mitte das Duell. Zwischen Niakate und Müller. Niakate stört hier gerade noch so. Niakate kommt nochmal ran. Zentner hechtet davor. Nimmt damit Müller den Ball vom Kopf. Anschließend Augustinsson. Der nicht gut hingeht. Kimmich legt quer. Müller nochmal per Fallrückzieher. Zu zentral. Weil Zentner ist schnell genug unten. Und anschließend wird dabei geklärt. Der Abstoß. Kurz ausgeführt. Und die Mainzer. Quaisor ist aktuell der Spieler im Fokus, weil er Torschützenkönig geworden ist in der Bundesliga. Erstmals 1-0-5 war Torschützenkönig in der Bundesliga geworden. Jetzt vielleicht Stöger mit der Flanke. Der Koffer wird nochmal rausgeköpft zu Martinez. Der klärt endgültig. Augustinsson behält den zweiten Ball. Die Mainzer. Nun über rechts. Da Costa. In den Lauf von Estonali. Aber kein Problem für Marquinhos. Der das ganz abgezockt löst. Und nun direkt die Konterschoss für die Bayern. Leroy Sané kommt über die linke Seite. Song Juice drückt raus. Deswegen müssen die Bayern nochmal abwarten. Aber sie kommen trotzdem durch. Müller. Müller im Strafraum. Schuss gut gehalten von Zentner. Dann wird der Ball rausgeköpft. Die Mainzer sehr passiv. Die Bayern sehr aktiv und aggressiv in den Zweikämpfen gegen Gutram. Gnabry direkt wieder von Lewandowski. Lewandowski will nochmal querlegen. Aber die kriegen den Ball wieder. Müller. Kimmich. Wo ist die Lücke? Goretzka. Müller. Vorteil angezeigt. Dann hat Nierkate den Ball für einen kurzen Moment gehabt. Immer noch Müller gegen Nierkate. Jetzt kann der Mainzer den Ball kontrollieren. Aber nicht lange. Sofort wieder der Fehler. Kimmich auf Lewandowski. Lewandowski mit dem Schuss. Und wieder ist Zentner da. Die Bayern mit einer sehr starken Anfangsviertelstunde schnüren die Mainzer hinten ein. Zentner. Er ist der Einzige, dem Mainzer 5 bisher Danke sagen kann. Denn ohne ihn würden sie hier schon definitiv hinten liegen. Zwei Riesenchancen für Lewandowski. Müller mit dem Fallrückzieher. Nun die Ecke kurz ausgeführt auf Gnabry. Serge Gnabry zurück auf Müller. Müller. Mit dem Schuss und wieder ist Zentner da. Ja, zeigt an. Ihr müsst rangehen, Leute. Kein Zweikampfverhalten mehr den Mainzer. Der Schuss von der Strafraumkante pariert von der Nummer 27, die aber eigentlich die Nummer 1 im Mainzer Kasten ist. Und wird es interessant in der nächsten Saison, wenn Florian Müller zurückkommt aus der Laie von Freiburg. Wer da denn der Favorit sein wird? Die Bayern. Wieder über Gnabry. Immer noch Gnabry. Legt ab. Kimmich. Will durchstecken. Und da Costa hat den Ball. Songjuice ist es dann, der klären kann. Aber wieder sehr unsauber. Stark gemacht von Hernandez. Die Bayern kommen direkt wieder. Kimmich. Schön auf Lewandowski. Legt da quer. Nein, er macht selbst abgeblockt von Nierkate an der Stelle. Und jetzt vielleicht mal ein bisschen Ruhe für die Mainzer. Latza. Zurzt zu Nali. Aber der Konter wird abgefiffen. Abseits. Richtig gesehen. Familienrichter. Das sehen wir hier nochmal. Die Mainzer wollen kontern. Haben sie in der Liga bereits gezeigt. Das können sie auch. Aber da muss man eben die Pässe auch an den Mann bringen. Und sie dürfen hinten nicht so passiv stehen. Das können die Bayern jederzeit bestrafen. Müller. Kimmich. Kimmich. Gut gemacht von Songjuice. Mal ein gewonnener Zweikampf für die Mainzer. Im eigenen Strafraum. Jetzt die Konterschance. Songjuice sieht jetzt zu Nali. Der mit Tempo vorgeht. In der Mitte lauert Kor. Kor kommt aber nicht ran. Die Flanke fiel zu nah ans Tor. Und kein Problem für Manuel Neuer. Der erstmals eingreifen darf nach 23 Minuten. Wir haben bereits gesagt. In der Liga Mainz erfolgreich gewesen. Zuletzt gegen die Bayern. Als es für beide Teams. Also für Mainz um nichts mehr ging. Für Bayern ging es ja auch um die Champions League Qualifikation. Um den Vizemeistertitel. Im letzten Jahr im Pokal. Die Mainzer früh ausgeschieden. Die Bayern haben ihn geholt. Sind also Titelverteidiger. Und ihr Vierpokal. Hier sehen wir ein bisschen früheres Pressing von den Mainzern jetzt. Und sie bleiben im Ballbesitz. Kmeisson. Rechts zur Stunali. Der hat ein bisschen Platz. Bringt die Flanke scharf rein. Aber wieder viel zu nah ans Tor. Kein Problem. Für den mehrfachen Welttorhüter Manuel Neuer. Aber der Abschlag ist schlecht. Die Mainzer kommen sofort wieder. Der letzte Pass kommt aber nicht an. Diesmal war es Stöger. Der zu unsauber gespielt hat. Doch das Pressing stimmt wie der Song. Tschüss drückt früh raus. Quaisor schön quergelegt auf Boetius. Boetius. Boetius mit der Chance. Gut gehalten von Neuer. Erstmals muss er sich auszeichnen. Halbe Stunde gespielt. Jean-Paul Boetius. Schön in Szene gesetzt worden. Und dann viel zu zentral überhastet. Neuer feiert sich zurecht. Er stammt richtig. Und das war die erste Möglichkeit für die Mainzer. Anschließend der Ecke wird reingebracht. Vom Kapitän. Danny Latzer macht sich bereit. Mit dem Ball wohl Richtung Tor ziehen mit rechts. Danny Latzer auf den Elfmeterpunkt. Rausgeköpft von den Bayern. Jetzt die Konter-Chance. Aber die Mainzer setzen nach. Nicht lange. Bayern behauptet den Ball. Martinez. Wird hier früh angegangen von Stöger. Aber sie lösen das ganz geduldig, die Bayern. Müller wieder. Eigengewächster Münchner. Lewandowski. Bester Torschütze der letzten Jahre. Immer ganz da oben dabei, wenn es um Torschützennüste geht. Jetzt vielleicht. Goretzka auf. Kimmich. Kimmich. Abgeblockt. Vorm Niederkarte. Und Augustinsson hat den Ball unter Kontrolle gebracht. Haut den Ball einfach nur raus. Warane gegen Boetius. Kein Problem. Warane. Bringt den Ball in die Mitte. Und die Bayern behalten den Ball. Die letzten zehn Minuten in der ersten Hälfte laufen bereits. Gnabry. Martinez. Zogoretzka. In den letzten Minuten hat das Spiel sich ein bisschen beruhigt. Mainzer hatte zwar eine Chance vor knapp sieben Minuten. Aber die Bayern nehmen ein bisschen das Tempo raus. Jetzt vielleicht. Die Mainzer stehen nun auch hinten deutlich stabiler. Mirkategu dazwischen. Boetius holt sich den Ball hinten am eigenen Strafraum. Zentner. Rechts raus. Ins nichts. Das ist symptomatisch bisher für die Mainzer im Aufbauspiel. Viel Zeit gehabt der Robin Zentner. Und der Costa war auch völlig frei. Und trotzdem wird der Ball hergeschenkt. Aber hier gutes Pressing von Latza. Bringt ihm nichts. Der Ball bleibt bei Sané. Wie wohl Sané? Lässt Latza einfach stehen Sané. Aber dann ist er doch noch. Wer war es? Ich glaube Song Juice ist dazwischen gegangen. Jetzt vielleicht der Konter. Über Latza. Deni Latza zu Chor. Schöner Seitenwechsel auf Schoppo Boetius. Der ist durch. Kein Abseits. Boetius. Was macht er? Er wartet. Er wartet immer noch. Jetzt kommt der Schuss. Und das war das Aluminium. Beste Chance für die Mainzer. Wieder Boetius. Hier sehen wir uns nochmal der Schuss. Strammes Ding an den Außenpfosten. Jetzt kann Krian von Noob sich ärgern, dass sie die Chance nicht genutzt haben. Aber Zeit haben. Ihr müsst weiter pressen. Am Anfang waren die Mainzer zu passiv. Jetzt kommen sie rein. Und jetzt schalten sie auch gut um. Da hatten die Bayern ein bisschen Glück, dass der Pfosten rettet. Aber insgesamt trotzdem die Bayern das bessere Team. Kurz vor der Pause. Kommen die Mainzer nochmal. Stöger schenkt den Ball einfach her. Die Bayern damit nun mit der Möglichkeit. Goretzka. Gnabry kriegt den Ball. Sie behalten den Ball an der rechten Seite. Gleich wird angezeigt, wie viel Nachspielzeit es gibt. Eine Minute. Jetzt zu Nali. Zu Chor. Der schenkt den Ball wieder her. Gibt es noch eine Möglichkeit? Kommen die Bayern nochmal? Hernandez auf Kimmich. Hernandez. Wir sind bereits über. Schöner Ball. Auch Sané. Der bringt ihn rein. Rausgeköpft. Und es gibt nochmal eine Ecke. Wir sind bereits zwei Minuten drüber. Vor Lewandowski nicht viel zu sehen. Das sehen wir hier. Nur zehn Ballkontakte. Drei Schüsse aufs Tor. Hat aber auch Pech, weil immer wieder Zentner da stand. Letzte Aktion der ersten Hälfte wäre wahrscheinlich Sané mit der Ecke. Bivois Sané. Hochrein. Stöger. Klärt nicht richtig. Nochmal ein Schuss. Aber vorbei. 0 zu 0 zur Pause. Die Mainzer können glücklich sein. Die Bayern hätten früh führen müssen. Früh 2 zu 0 führen müssen. Anschließend die Mainzer mit zwei guten Möglichkeiten durch Jean-Port Boetius. Einmal pariert Neuer. Einmal rettet der Pfosten. Dementsprechend torlos geht es in die zweiten 45 Minuten. Und da sind sie schon. Weiter geht's. Die Mainzer haben umgestellt. Hinten jetzt mit einer Fünferkette. Chor rückt in die Innenverteidiger rein. Die Zentrale. Mainzer hat es in einem 5-2-3-System. Sie wollen die Flügel ein bisschen aufbauen. Jetzt vielleicht. Jetzt Tunali bringt den Ball rein. Und gerade noch erklärt. Dieses 5-2-3 ist es auch, was sie genutzt haben beim Ligaspiel. Um die Außen eben zu doppeln. Hier nochmal die beste Mainzer Chance. Der Pfostenknaller von Jean-Paul Boetius. Die Ecke. Danny Latza. Hinten rein. Neuer faustet raus. Quaison. Legt nochmal zurück auf Latza. Der chipt den Ball in die Mitte. Neuer mit der Faust. Und die Bayern haben das Leder. Naja, Vorteil. Weil die beiden im Ball sitzen bleiben. Schöner Ball links raus auf Fernandes. Der kann das Spiel schnell machen. Kimmich. Wunderbar. In den Lauf von Leroy Sané. Kein Abseits. Nierkate eilt hinterher. Der Chip in die Mitte. Und dann wird der Ball geklärt. Und es war. Handspiel. Eventuell war der Lewandowski mit der Hand dran. Fest steht Freistoß für Mainz. Doch keine Beschwerden bei den Bayern. Also wird es wohl seine Richtigkeit haben. Ja, kurz ausgeführt. Sicherer Aufbau. Den wollen sie haben, die Mainzer. Das versuchen jetzt auch mit dem fünften Mann hinten in der Defensive. Latza. Schön rechts raus auf Danny Da Costa. Er wartet. Wieder auf Latza. Aber viel zu unsauber gespielt. Gut gemacht von Kimmich. Mainzer Pressing. Gut, schön gelöst von Hernandez. Und jetzt damit ein bisschen Platz für die Bayern. Gnabry. Ja, der hätte rechts hinten eigentlich Martínez mitgehen müssen. Jetzt vielleicht Gnabry zu Sané. Der kann schicken. Nein. Hernandez versucht Sané zu schicken. Doch Songjuice behauptet das Leder im Zweikampf. Da Costa. Mit dem Seitenwechsel. Was für ein Ball ist das? Der ist ja gut aufgepasst. Jetzt die Bayern Müller. Martínez. Und geklärt. Aber es war ein Foul am Mainzer. Dementsprechend Freistoß für die 05er. in der eigenen Hälfte. Es ist nicht ganz so ereignisreich, dieses Spiel, wie man sich erhofft hat nach den Bundesliga-Spielen. Gerade von dem vor zwei Wochen. Und es gibt einen Wechsel bei den Bayern. Rafa kommt für Livois Sané. Eigentlich einer der Aktivposten bei den Bayern. Weil über die linke Seite kam viel. Aber für ihn nun Rafa drauf. Erster Wechsel also der Partie. Auf Seiten der Münchner Nierkate. Augustinsson. Wollte da Boetius schicken, aber gut aufgepasst von Martínez. Lewandowski. Hängt ein bisschen in der Luft seit seinen zwei Chancen in der ersten Hälfte. Müller auf Rafa. Hernandez. Rafa. Kimmich. Wieder Rafa. Der lässt Dacosta stehen, aber Dacosta all zurück. Dacosta gegen Rafa. Hernandez hilft mit. Kimmich. Ist im Strafraum. Hängt nochmal zurück. Goretzka. Freischuss bei Neine. Lewandowski. Der Schuss ist abgeblockt. Und jetzt die Konterschuss für die Mainzer. Stöger. Links raus auf Jean-Paul Boetius. Boetius. Im Lauftour gegen Varane. Boetius. Zu Stöger. Der dreht sich rum. Liegt nochmal quer. Der Schuss drüber von Danny Latza. Plötzlich sind die Mainzer da. Schön umgeschaltet. Der Kapitän Danny Latza. Da wäre Neuer machtlos gewesen. Bisschen zu verrückten Lage. Und deswegen geht der Ball drüber. Aber eine schöne Szene von den Mainzern. Und endlich mal wieder eine Torchance. Die auch diese Bezeichnung verdient. Fünf zu eins Schüsse von Lewandowski gegen Latza. Lewandowski hatte die besseren Möglichkeiten als Danny Latza. Die Mainzer kommen wieder. Und hier KT. Zu Stöger. Wollte direkt spielen. Und es war Abseits. Von Boetius. Von daher. Kein Problem. Hier sehen wir nochmal die Wiederholung. Schön gedacht. Aber richtig gesehen. Eine Fußlänge. Im Abseits. Bei den Mainzern tut sich ein bisschen was auf der Bank. Aber ob da jetzt gewechselt wird, werden wir dann sehen. Boetius direkt auf Quaison. Weg ist der Ball. Konter Chance für die Bayern. Dann Goretzka zu Müller. Müller. Wieder auf Goretzka. Ein bisschen den Rücken gespielt. Sonst hätte es flüssiger laufen können. Jetzt vielleicht Kimmich. Kimmich. Immer noch Kimmich. Steckt durch auf Lewandowski. Und der Ball geht vorbei. Da tunnelt der Lewandowski noch den Zentner. Das sehen wir hier. Weil Zentner den Lewandowski noch irgendwie anschießen kann. In Anführungszeichen. Deswegen auch Abstoß. Aber eine Möglichkeit. Da hat Kimmich lange gewartet. Und dann war Lewandowski auf einmal durch. Doch die Chance war nicht so gefährlich. Weil er am Tor vorbei. Augustin Zom. Kam vor der Saison aus Bremen. Hat im Halbfinale sein Ex-Klub Werder Bremen rausgeschmissen. Durch das Tor von Quaisor. Quaisor ist übrigens da. Was macht er? Verliert den Ball gegen Barane. Müller. Thomas Müller. Zu Gnabry. Der bei seiner Laie in Hoffmann aufgeblüht ist. Und es gibt einen Wurf für die Mainzer. Jetzt Wechsel. Kunde und Fernandes kommen für Chor und Stöger. Damit Positionsgetreuwechsel. Kunde übernimmt den Part in der Innenverteidigung. Und damit also nun weiterhin das 5-2-3. Es bringt ein bisschen mehr Sicherheit bisher. Aber die Chancen sind trotzdem noch relativ arm, was die Mainzer Seite angeht. Nur der Schuss von Latza vor gut 10 Minuten. Jetzt vielleicht. Da kostet er. Schön den Lauf gespielt von Devin Estunali. Kein Abseits. Estunali ist durch. Drei Mainzer in der Mitte. Estunali. Was macht er? Schenkt den Ball. Er bringt da nochmal den Ball rein. Der Schuss aus dem Nichts. Gut gehalten von Neuer. Und die Mainzer setzen nach. Doch dann Abseits von Levin Estunali. Jetzt sehen wir hier nochmal beim Kopfball. Ja. Da ist er im Abseits richtig gesehen. Davor die Aktion der Schuss auf Spitzenwinkel kam überraschend. Aber war halt auch nicht schwer zu halten. Viertelstunde noch zu spielen. Wer kann hier noch einen Lucky Punch setzen? Oder geht es vielleicht in die Verlängerung? Müller. Thomas Müller. Auf Lewandowski. Lewandowski ist im Strafraum abgeblockt. Und dann der Nachschuss. Kein Problem. Für Zentner unter war es noch ein Handspiel. Lewandowski hat sich den Ball mit der Hand zurechtgelegt. Aber sie kommen hier trotzdem viel zu häufig, viel zu frei im Strafraum an den Ball. Die Bayern wechseln nochmal. Pavard kommt nun für Martinez. Damit jetzt hinten rechts. Positionsgetreuer wechselt. Und ein echter Rechtsverteidiger auf dem Platz. Martinez ist ja eher der sechster Innenverteidiger-Typ. Oder in einer Dreierkette. Und jetzt Pavard eben auf dem Platz. Barane. Zurück auf Makinos. Dann Foul. Aber Vorteil, weil die beiden im Ballbesitz bleiben. Kimmich. Goretzka. Da Kimmich zu Lewandowski. Auf Pavard gerade eingewechselt. Aber Nia Kate stellt ihn. Müller. Zu Gnabry. Der ist an Augustinsson vorbei. Immer noch Gnabry. Gnabry, Augustinsson. Kann sich dann durchsetzen. Und jetzt der Konterversuch. Kommt Boizos ran? Nein. Aufgepasst vom Barane. Da rückt der Innenverteidiger früh raus. Und fängt den Ball ab. Pavard. Auf Müller. Ja, nochmal Kimmich. Viel am Ball. Genauso wie Goretzka. Aber die Bayern wissen auch nichts mit dem Ballbesitz anzufangen. Marquinhos zu Hernandez. Die Mainzer stehen hinten nun relativ sicher mit der Fünferkette. Und jetzt kommen sie wieder an den Ball. Da Costa. Muss schicken. Macht er auch. Schönen Lauf von dem Nationalen. In der Mitte wieder drei Mainzer. Drei gegen zwei. Die Flanke kommt auf den zweiten Pfosten. Boizos kommt ran. Glückliche Aktion. Wom dass Boizos überhaupt zur Chance kommt. Das sehen wir hier nochmal. Und dann kommt er noch ran. Und Neuer mit der Hacke kann er den Ball zur Ecke klären. Das hätte die Führung. Und vielleicht hat der Siegtreffer sein können. Fünf Minuten vor dem Ende. Die anschließende Ecke. Denny Latzer. Aber nochmal ein Wechsel bei den Bayern. Tolisso kommt für Müller. Thomas Müller geht runter. Er war viel unterwegs. Einer der Aktivposten. Vielleicht auch müde. Und nun auf jeden Fall Tolisso. Latzer mit der Flanke. Der Kopfball nochmal. Aber kein Problem für Neuer. Gegen Songschist. Manuel Neuer. Bayern damit jetzt ihren dritten Wechsel vollzogen. Die Mainz hat bisher zweimal. Sollte es in die Verlängerung gehen, bekommen ja beide Teams einen weiteren Wechsel zugeschrieben. Dann hätte Bayern also noch einen und Mainz hätte zwei weitere Wechsel auf der Haben-Seite. Aber so weit ist es noch nicht. Die letzten zwei Minuten laufen. Kimmich. Tolisso. Gerade eingewechselt. Tolisso. Gegen Fernandes. Aber zurück auf Goretzka. Der bei Schalke aufgeblüht ist. Und nun bei den Bayern auch Mittelfeldmotor ist. Er hat den Übergang sehr gut geschafft. Die Mainz hat jetzt nochmal mit dem Konter. Boetius wird geschickt von Augustin. So zwei Minuten Nachspielzeit angezeigt. Boetius. Versucht da zu tricksen. Aber Varane klärt das ganz souverän da hinten raus. Gibt es noch eine Chance? Tolisso. Weiter auf Kimmich. Kimmich geht durch. Kimmich verfolgt von Kunde und Augustinsson. Aber er muss weit nach außen gehen. Zurück auf Pavard. Die Flanke in die Mitte. Der Kopfball abgeblockt. Kunde hat den Ball. Haut das Leder raus. Und es geht in die Verlängerung. 0 zu 0 nach 90 Minuten. Insgesamt die Bayern hätten hier eigentlich die Führung verdient gehabt. Auch wenn es in der zweiten Hälfte ein wenig zurückhaltender wurde. Weil die Mainzer eben mit der Fünferkette besser stammten. Es geht in die Verlängerung. Bayern. Von links nach rechts. Und die Mainzer wechseln. Onisivo kommt für Jean-Paul Boetius. Außerdem Prosinski für Augustinsson. Damit die Mainzer mit einer frischen linken Seite. Und hier im Absatz. Und hier sehen wir es nochmal. Ganz knapp, aber richtig gesehen vom Linienrichter. Und Onisivo nun alleinige Spitze. Quaisor rückt auf den linken Flügel raus. Um da nochmal ein bisschen Geschwindigkeit und Ideen mit reinzubringen. Fernandes. Prosinski. Zurück auf Nierkate. Jetzt heißt es natürlich aufpassen. Was will man tun? Will man auf das Tor gehen? Oder will man sich ins Elfmeterschießen retten? Die Mainzer kommen auf jeden Fall. Jetzt Donali. Wieder auf Latza. Latza mit der Flanke. Der Kopfball. Aber gut geklärt. Und Abseits von Edivison Fernandes. Dem Schweizer Nationalspieler. Hier sehen wir es nochmal. Schön gespielt. Quaisor und damit Onisivo auch im Abseits. Aber die Idee war nicht schlecht. Ja, die Frage ist. In welche Richtung geht man? Möchte man eher auf die... Auf der Filter schießen gehen? Oder gibt man Gefahr, hier noch ein Gegentor zu kassieren? Man wird es sehen. Gnabry kommt auf jeden Fall. Tolisso. In die Mitte. Kein Problem für Nia KT. Wer ganz ruhig zu Songt-Jüst spielt. Songt-Jüst. Nach anfänglichen Schwierigkeiten auch wieder ein bisschen stabilisiert. Schöner Seitenwechsel. Auf Robin Quaisor. Kein Abseits. Quaisor ist durch mit der Flanke in die Mitte. Da kommt Onisivo nicht richtig ran. Aber nochmal zu Nali. Zurück auf da Costa. Zu Fernandes. Durchgesteckt. Aufgepasst vom Pavard. Und dann spielen sie das relativ riskant, aber souverän hinten raus. Kimmich. Mit dem langen Ball ins Nichts. Und die Mainzer können Ruhe aufbauen. Fünf Minuten noch in der ersten Hälfte der Verlängerung. Latza. Fernandes. Direkte Spieler zu Nalis. Durch. Und zu Nalis. Durch. Er macht es 1 zu 0 für Mainz. Mainz geht nach 101 Minuten in Führung. Im Pokalfinale. Levin Öztunali. Wunderschön in Zähne gesetzt worden. Von Edemiz und Fernandes. Hier sehen wir es nochmal. Direkt quergelegt. Dann ist er durch. Und dann bleibt er cool gegen Manuel Neuer. Der das linke Eck dicht gemacht hat. Aber das lange Eck war frei. Und da kam er nicht mehr ran. 1 zu 0 für Mainz. Und damit natürlich jetzt alle Trümpfe in der Hand bei den Rheinhessen. Den Bayern bleiben noch knappe 20 plus x Minuten, um hier den Ausgleich zu erzielen. Erstes Tor für Zunali im DFB-Pokal dieser Saison. Was für einen Zeitpunkt hat er sich da ausgewählt. Die Mainzer Fans natürlich außer Rand und Band. Kriegen von Noob sofort wieder das Team geordnet. Weil sie wissen, die Bayern können Druck aufbauen. Sie kommen jetzt auch. Über Tolisso. Lewandowski. Hängt seit geraumer Zeit ein bisschen in der Luft. Aber er ist auch ein Phantom. Er kann immer zuschlagen. Kimmich. Kimmich. Joshua Kimmich. Zurück auf Leon Goretzka. Immer noch Goretzka. Kimmich. Kunde geht raus. Holt sich dann den Ball. Starker Ball gewinnt. Danny Latza. Zu Unisivo. Die Nachspielzeit. Der erste Nelte der Verlängerung läuft. Die Spieler gehen natürlich auch auf den Zahnfleisch. Und da war es ein Foul. Freistoß für Mainz. Das dürfte es auch gewesen sein. Gleich eine kurze Trinkpause. Ja, da lässt natürlich auch ein bisschen Zeit. Der Song Juice, der weiß. Die Zeit läuft ja gerade für sie. Außerdem wird eh gleich Halbzeit sein. Dann können sie nochmal ein bisschen durchatmen, bevor es in die letzten 15 Minuten geht. Oder vielleicht auch nicht. Wechseln wir mal bei den Bayern. Tschubemotting, der Ex-Mainzer, kommt rein. Damit eine weitere Offensivkraft. Bei den Bayern, klar, sie müssen aufmachen. Für ihn ist Joshua Kimmich vom Platz gegangen. Latza. Und das war's. Beide Teams haben damit ihr Wechselkontingent komplett aufgebraucht. Und 15 Minuten bleiben den Bayern noch, um ihren Ausgleich zu erzielen. Mainz von links nach rechts. Wo sind sie jetzt? Kunde. Mainz kann sich natürlich jetzt noch mehr auf die Defensive konzentrieren und auf Konter lauern. Weil die Bayern müssen irgendwann aufmachen. Sie wissen, ihnen bleibt nicht mehr so viel Zeit. Mainz kommt über der Costa. Der Costa. Zurück auf der Nilatza. Der Nilatza. Mit dem Schuss abgeblockt. Es könnte das letzte Spiel für der Costa und Coa im Trikot der Mainzer sein. Beziehungsweise gewesen sein für Coa, weil er schon ausgewechselt wurde. Die Laie endet zum Saisonende. Es gibt keine Kaufoption. Und wer weiß, ob die Frankfurter die beiden loswerden wollen nach der ordentlichen Saison, die sie eben bei den 05ern absolviert haben. Bayern mit Pavard. Der Ball müsste abseits gewesen sein, ja. Zu spät gespielt. Gnabry ärgert sich. Worüber genau, dass er zu früh gestartet ist oder dass Pavard so lange gebraucht hat. Ich glaube eher letzteres. Weil hier sehen wir Pavard sehr lange gewartet. Brozinski. Auf Kwaisor. Zurück auf Fernandes. Direkt in den Lauf gespielt, aber in den Rücken von Onisivo. Und die Bayern haben den Ball. Gnabry. Lewandowski. Weiter auf Goretzka. Zu Chubomoting. Chubomoting schickt Rafa. Rafa ist links durch. Der Ball in die Mitte. Lewandowski. Kriegt der ihn noch? Nein. Der Ball ist zu weit. Die Flanke zu ungenau. Die Bayern-Fans unterstützen ihr Team. Aber die Mainzer sind es, die hier am Jubeln sind. Weil sie wissen, die Zeit läuft runter. Es sind nur noch 6 Minuten und 7 Sekunden regulär. Plus 1-2 Minuten Nachspielzeit. Mainz. Kurzer Abstoß. Will die Kontrolle des Balls natürlich behalten. Scharfer Ball. Nierkate verliert das Leder. Lewandowski ist durch. Schnell auf Goretzka. Goretzka. Freie Bahn. Leon Goretzka. Da liegt nochmal ab auf Chubomoting. Stark gehalten von Zempner. Nachschuss. Abgeblockt. Und die Bayern setzen nochmal nach. Vorteil. Jetzt haben die Mainzer den Ball. Aber der Konter wird abgefangen. Goretzka. Goretzka. Abgeblockt. Raffa. Goretzka wieder. Goretzka. Immer noch Goretzka. Goretzka ist im Strafraum. Goretzka mit dem Torausgleich. 118. Minute. Die Mainzer brechen auf dem Platz zusammen. Leon Goretzka setzt sich da nochmal durch. Da hat nochmal ein Kraftakt in den Beinen übrig. Hat die letzte Power nochmal rausgezogen. Geht da ins Soloräum. Die Mainzer zu weit Abstand. Hier sehen wir es. Fernandes mit dem Ausfallschritt. Dann ist er durch. Zentner ohne Abwehrmöglichkeit. Bei dem strammen Schuss von Goretzka ins lange Eck. Das ist das Ausgleichstreffer. Und er ist verdient. Die Bayern waren insgesamt besser. Krian Vanup ärgert sich natürlich. A. Der Zeitpunkt. 118. Minute. Und B. Natürlich auch, dass die Defensive da so schläft. Davor schon die Riesenmöglichkeit gut gehalten von Zentner. Und dann eben der Schuss abgeblockt worden. Die Bayern gleichen aus. Und es gibt noch eine Minute. Wie lange Nachspielzeit wird es geben? Ich würde mit 1-2 Minuten rechnen. Gibt es noch einen Lucky Punch? Kann mir noch jemand das Rude auf seine Seite ziehen? Eine Minute Nachspielzeit wird angezeigt. Unisivo. Zu. Jetzt zu Nali. Jetzt zu Nali. Auf der Costa. Die Flanke zurück. Kunde. Verliegt den Ball Lewandowski auf Gnabry. Tullis so. Das war's. Es geht ins Elfmeterschießen. Bayern München. Gegen Mainzer 5. Über die volle Distanz im Pokalfinale. Und die Mainzer werden sich ärgern. Hier sehen wir nochmal beide Teams. Treffen sich nun. Motivierende Worte der Trainer. Und die Frage ist, wer wird als Schütze auflaufen? Es gibt bei beiden Teams nur ein paar sichere Kandidaten. Lewandowski zum Beispiel, Prosinski. Und wir fangen an mit Lewandowski gegen Zentner. Lewandowski. Ganz cool. Bringt die Bayern in Führung. Die Mainzer mit Prosinski. 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 Ausgleich. Auch ganz lässig. Verlädt Manuel Neuer. Tullis so. Gegen Zentner. Tullis so. Vorbei. Die Mainzer können in Führung gehen. Danny Latzer steht bereit. Danny Latzer. Bringt die Mainzer in Führung. Gut ins Eck. 2 zu 1. Nun Gnabry. Gnabry. Zentner hat ihn. Mainz kann eine Vorentscheidung erzielen. Robin Quaison. Quaison gegen Neuer. Wenn er trifft, ist es so gut wie durch. Quaison macht ihn. Ganz viel Glück. Neuer war im Eck. Wenn hier Choupo-Moting verschießt, hat Mainz das Double. Wenn er trifft, sind die Bayern noch am Leben. Choupo-Moting. Choupo-Moting. Latte. Mainz gewinnt das Double. DFB-Pokalsieger der Saison ist 1. FSV Mainz 05. Robin Sempner hält einen Elfmeter. Dann zwei Verschossene der Münchner. Das war der letzte Choupo-Moting an die Unterkante der Latte. Das war's. Die Mainzer Fans aus dem Haus feiern natürlich ihr Team. Sie können es nicht glauben teilweise. Zwei Titel für Mainz in einer Saison. Und das, nachdem man davor noch keinen einzigen erregen konnte. Das war's aus dem Olympiastadion. Mainz ist Pokalsieger. Und wird dementsprechend nächstes Jahr motiviert in die Saison starten können. Mit zwei Titeln. Und ihr Ziel ist natürlich Titelverteidigung. Und das, nachdem man die Saison starten kann. Genau. Einmal Nummer.